Diese zum Kauf angebotene 7-Zimmer-Villa befindet sich in Schwalmtal, Niederrhein. Das im Jahr 2002 erbaute Gebäude verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Es hat vier Schlafzimmer, drei Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 5541 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 420 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 1.380.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben.